Und damit willkommen zurück zu Age of Mythology im Live-Let's-Play. Ich hab vergessen, aufs nächste Szenario zu drücken. Grüße aus Griechenland. Grüße zurück. An wen auch immer. Gesamt Griechenland. Oh, alles klar. Dann kriech mal jeden Grüßen. Genau. Sie sind auf der Insel eingefallen. Was? Sie haben einen Tempel für Uranus gebaut. Sie haben die Kolonie angegriffen. Das glaube ich nicht. Ob du es glaubst oder nicht, sie sind direkt nach uns in See gestochen. Sie werden bald hier sein. Die Atlanter sind verrückt geworden. Sende dies an unsere Verbündeten. Bitte sie, ihr Hilfe zu schicken. Ja, mein Herr. Dann versammle unsere Männer und lass sie eine Verteidigung vorbereiten. Wenn Atlantis auf einen Kampf aus ist, wird es ihn bekommen. Ah, Missverständnis. Skopos? Ja, starkes Missverständnis. Yoshi. Bosto. Beschluss. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind knapp. Aber es gibt mehrere Schatzkammern in diesen griechischen Ländern. Soll einige von Ihnen einnehmen. Wir haben Einblick in alle Schatzkammern dieser Länder. Er wird immer alles zu hören. Sie haben kein Laufzentrum und keine Möglichkeit eines zu bekommen. Los. Mal. Nur sie. Oh. Um die Kontrolle über eine Schatzkammer zu behalten, müssen wir eine größere Streitwürde in ihrer Nähe haben als unser Feind. Wir müssen so viele Schatzkammern, die möglich erobern und halten. Sie sind das primäre Mittel, um hier Ressourcen zu sein. Ein Fischerdorf zerstört die Statue des Melagius um den Fischerdorf zu verhindern. Oh. Oh. Die hat doch einen Spaß. Alles klar. Oh. 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 Gut. Die sind okay. Aber da so ein bisschen Verteidigung. Oh, cool. Das ist, das ist, das ist sehr schön. Na, was macht die hier? Seltsam. Seltsam. Einfach nur seltsam. Oh, nur Sackgast. Okay. Guck mal, was da oben kommt. Da haben wir so noch nicht. Feindlicher. Wir sind die Hauptarmee von General Melagius meint, dass wir wirklich bereit sind. Oh, wow. Das war doch auch. Hallöchen! Was haben wir denn hier fallen? Ist auch noch eine Schatzkammer? Du 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 pedals ist y y y y y h Hallo? Und die bringt mir... Wie kommt er oben halt eben dann hin? Was ist denn der Darmäe? Was ist denn der Darmäe? Was ist denn der Darmäe? Ich könnte aber die Sachen bauen... Die Darmäe 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 Das ist sehr schön Die Darmäe Zerstörer Infanterie gut gegen Gebäude Wir machen trotzdem einfach mal Alles, was wir können. Burek, Skopo, Yuji. Aaaah. Skopo? Skopos? Skopos? Mach. Eine weitere Startup für General Benagos. Zerstört sie. Yuji. Yuji. Oh, alles klar. Beschluss. Mach. Yuji, Beschluss. Eine weitere Startup für General Benagos. Zerstört sie. Verstärkung. Hilfe. Das ist eine andere Startup für General Benagos. Yuji. So, und somit sollte ich jetzt immer wieder... Sachen kriegen. Mach. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Was ist das denn überhaupt? Sichtweite Alleinheiten. Oh, das ist sehr nett. Oh, 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 oh. Oh hier. Okay, okay. Stopp, Yuzi, schluss. Mach. Yuzi. Weiter drin? Nee. Da ist der Nächste. Yuzi? Mach. Yuzi. Jetzt fehlt die Gunst. Ist okay, ist okay. Weiß ich was dagegen? Diat. Zumindest versuch ich's. Oh, hallo. Ja, das war's mit euch. Ja, das ist jetzt meine Schatzkammer. Diat. Ja, das ist jetzt meine Schatzkammer. Ah. Irgendwie... Bewegen sie sich davon nicht weg. Hm. Wie gut seid ihr? Ja. Ordentlich. Yuzi. Mach. Yuzi. Geh los. Weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwo eine Statue übersehen habe. Wahrscheinlich schon. Mach. Geh los. Ja. Ja, ich glaube mein Nami ist äh... Sehr viel stärker als deine gewesen. Deine ehemalige Armee. Wiruen. Geh los. Geh los. Gleich. Yuzi. Na ja, hier oben noch einer. Sehr schön. Dachte ich mir schon, ich hab die... äh... Plattform da gesehen. Zum... Da ist noch einer Ja... Da machen wir schon Ich dachte irgendwie einsatzweise auch nur eine Chance hätten Was willst du denn? Sterben? Okay Der Wunsch sei dir gewährt gewesen Was haben wir denn da drin? Ach... Das bisschen jetzt noch zusätzlich Ich... Ich... Anscheinend sind die Atlanter zum Angriff übergegangen Ruft meine königliche Wache Ich... 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 Oh Ist er das? Ist er das? Ich... 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 Ich mag es immer noch nicht, dass... Ich meine, in der Nachbearbeitung mache ich es immer lauter Ist nur dadurch dann doof mit der Musik, dass... Alles wird dann lauter Ist nicht alles getrennt Aber gut, das war's mit der Folge Vielen Dank für's zu sehen, falls euch der Part gefallen hat, das noch ein Like da Und wir hören uns dann hier wieder Bis dahin Shereo Please So Und 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 Untertitelung. BR 2018